Hi Leute, willkommen zurück. Hier ist wieder Alice im Zockerland mit Bray. Ich sehe langsam meine Felle davon schwimmen. Oh, da braucht es noch ganz viel Alkohol. Ah, da hinten... Ist das einfach nur Feuer? Oh ne, wo ist das Phantom? Scheiß! Oh Gott, ich bin voll am Arsch. Oh ne, leck mich! Ich habe nur noch 56 Energie, mein Anzug ist fast im Arsch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich in Richtung bin. Ich weiß auch gar nicht, wo ich in Richtung bin. Ich muss... Links... Links wartet bestimmt das Phantom auf mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen die überhaupt? Teilen? Äh, ausrüsten? Verbessern? Mh... Feuerkraft, ja. Definitiv. Präzision... Reichweite... Kapazität... Hilft alles bei mir eh nichts. Hilft bei mir alles nichts. Was war das hier? Achso. Hatte ich den nicht schon? Egal. Ja, das ist ja... Naja... Uninteressant. Also, nicht uninteressant, aber... Programme, Bereichskarte... Machen wir. Wobei ich gar nicht wissen will, wie es hier aussieht. Ja, scheiße, sieht's ja aus. Wo muss ich... Oh Gott, das ist... Ich muss einmal durchs komplette Atrium. Und dann muss ich da hinten in Dr. Kalvinos Werkstatt. Klasse. Oh, ne. Das heißt, Kontrollpunkte rücksetzen. Machen wir hier einfach mal. Nein, ich wollte ihn doch nicht regeln. Oh... Aber hatte ich nicht schon... Ist das jetzt eine... Habe ich jetzt noch eine andere Waffe, oder ist das die gleiche? Eine schallgedämpfte Pistole. 10, 17, 20... Ja. Kann ich dann wahrscheinlich zerlegen für Ersatzteile. Was ist die Frage, komme ich hier rein? Oh, ne. Kinders. Ja, die Frage ist, wie viele Phantome laufen da rum, ey. Ja. 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 Die Station-Tecke startet hier. Lab equipment, special parts requests, prototypes. Wir sollten die Fluss-Terminal fixieren von Dr. Calvino's Workshop. Nein! Scheiße, wo kommt das Fantomelang, ey? Ja Oh Ich hasse es. Ich will mich da umgucken und Sachen ein Was ist hier drin? Ist das glaube ich nicht hier drin, oder? Ich weiß nicht, was für ein Turm ist rausgekommen Was ist hier drin? Nein, 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 nein Nein! Oh, ich würde gerne meinen Anzug mal wieder reparieren. Ne, Besatzung, genau. Wo finde ich den denn jetzt? Maschinen-Maschinen-Labor. Calvino. Lorenzo. Wo zur Hölle ist der? Der ist noch nicht mal hier. Auf Ebene 2, wie komme ich denn da? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Über das Atrium. Da in der Mitte ist eine Treppe. Klasse, super. Aber... Sind ja auch nur Phantome unterwegs. Irgendwo da geradeaus. Oh ne. Da kommt's. Ah, shit. Oh, kommst du jetzt hier gucken? Wo ist es hingegangen? Wo ist es hingegangen? Da. Warte, ist das nur das eine? Fuck. Fuck. Ah, 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 ah. Mann, ich muss genau da hin! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich... Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Hello? Hey, it's Langley. Are you, uh... Is there anything weird going on over there? No, like what? I don't want you to panic. What is going on, Langley? Not sure yet. Security is running all over the place. So, everyone is still working there? I guess, I don't know. I've been in the lab all day. Hang on. I'm looking now. I don't... What was that? Oh my God, I think we just lost two labs. What? I have to go. Okay. Ah. Okay, da ist die Krankenstation. Geh ich da rein? Ich weiß es nicht. Geh ich! Oh my God... ...so, der Lick ist nach links abgehauen. Ich spinne es einfach mal um die Ecke. Oh mein Gott! Gott sei Dank bin ich hier reingegangen. Kann das auch was? Nein? Geil. Wird eh wieder kaputt gemacht. Sag mal, jetzt auch noch in den Wartungstunneln. Obwohl es geht los. Ich weiß nicht genau, wo es hier hingeht. Nichts geht es nirgends wohin. Kann man vermutlich in die Werkstatt. Ist ja die Richtung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist es rausgegangen? Oh Gott, ich bin so angespannt ey. No snow. No snow. Kann man immer noch trippeln. Ich lenne es einfach nur mal rein hier. Oh ne, da ist schon wieder so eine verkackte Drohne. Ne. Ich geh erstmal wieder zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja oben. Ich hoffe es ist einfach das unten. Oh nein. Oh dein Leben. Oh nein. Oh nein. Oh was das denn? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, komm ich da wohl rüber. Ich möchte es nicht ausprobieren. Ich bleibe auch noch von den Gittern weg. Zumindest ein Mimik läuft hier oben noch rum. Huch. Ist das da hinten was? Hä, was war denn hier rechts lang? Foyer, noch mehr Büros. Ich habe echt ein bisschen Angst, mich überall umzugucken. Da ist ein Phantom. Du siehst mich gar nicht, du siehst mich gar nicht, du siehst mich gar nicht. Ich werde mich auch, also, nee, nee. Ich gucke mich da doch nicht um, wenn ein Phantom rumläuft. Du bist ja gut. Du bist ja nicht gekommen. Du bist ja gut. Du bist ja nicht. Ich glaube, es ist ja nicht der Baton. Ich gucke dich nicht. Du bist ja nicht der Baton. Das wird auch nicht der Baton rum. Hm hm. Ah. Willst du die... ach so. Finde den Fabrikatorplan toll für das Artex Antriebssystem. Das ist ja... Und wo soll ich den bitte hernehmen? Maschinenlabor. Klasse. Das war Dabli, wo ich... Eben schon gewesen... Nee, Werkstatt. Ist aber schon da, oder? Maschinenlabor. Ach so, ist das alles Maschinenlabor? Ja, Werkstatt hat sie, glaube ich... ...gesagt. Oh Gott. Ah, toll. Klasse. Läuft was für ein Turm hier draußen? Krass. Ich will nur das da, ich will nur die Ersatzteile haben. Schaffe ich aber nicht, wenn ich... Oh Gott. Wer hat mich gesehen? Hat mich das Phantom gesehen? Da drüben ist es. Scheiße, ich muss noch eine Pause machen. Ja, keine Chance, ich muss versuchen, hier rüber zu kommen. Ah! Ja. Ja. Gut, äh... Das war das. Jetzt muss ich aber wirklich eine Pause machen. Oh Mann. Ich glaube, da waren auch Phantome in der Werkstatt. Ich will nicht mehr. Haha. Ich danke euch für's Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.